Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Apple AirPods hier richtig mit einem PC bzw. Laptop verbinden kannst, wenn dieser Windows 10 besitzt und vor allem auch Bluetooth oder auch nicht hat. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Diese Anleitung zum Verbinden der AirPods funktioniert natürlich bei einem Apple Gerät wie zum Beispiel einem MacBook relativ ähnlich und kann natürlich auch hierfür verwendet werden. Zuerst schauen wir uns jetzt einmal das Verbinden von den AirPods hier mit einem Gerät mit Bluetooth an, so wie es bei mir mit meinem Laptop der Fall ist. Hier füge ich mit der Maus hier links unten einmal auf das Windows-Symbol, dann auf Einstellungen und bei den Einstellungen drinnen muss ich auf Geräte draufdrücken. Hier bin ich jetzt in dem Reiter Bluetooth und andere Geräte und muss natürlich schauen, dass mein Bluetooth auch aktiviert ist. Wenn es so wie bei mir jetzt aus ist, muss ich hier einfach einmal draufklicken und schon wird es aktiviert. Als nächstes klicke ich hier oben einmal auf Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen drauf. Jetzt poppen hier nämlich drei Reiter noch auf und ich muss das erste hier nehmen, also Bluetooth, Mäuse, Tastaturen, Stifte oder Audio-Geräte, so wie ja mein Apple AirPods jetzt Audio-Geräte auch sind. Deswegen hier einmal draufklicken und jetzt wird schon nach dem entsprechenden Gerät gesucht. Und beim Verbinden keine Schwierigkeiten zu erhalten, sollten wir auf jeden Fall bestehende Bluetooth-Verbindungen sofort unterbrechen. Also es ist ja oftmals der Fall, dass das Handy automatisch mit den AirPods verbunden wird. Deswegen machen wir jetzt einfach mal bei meinem Handy hier Bluetooth aus und wir können zum Ladecase weitergehen. Dieses kann jetzt nämlich noch nicht verbunden werden. Deswegen muss ich erstmal hier das Ladecase aufmachen, es leuchtet grün, jetzt drehe ich das Ganze mal um und hier ist so ein kleiner versteckter Knopf. Diesen weißen Knopf drücke ich jetzt einfach mal so lange, bis hier vorne das Licht weiß zum Leuchten anfängt, also zum Blinken, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Und jetzt schauen wir nochmal auf meinen PC hier und wir können schon sehen, hier sind jetzt Kopfhörer aufgepoppt. Das müssten normalerweise unsere AirPods sein, weswegen ich auch schon hier draufklicke. Wie man sehen kann, die AirPods sind jetzt halt richtig verbundene, jetzt sollte normalerweise der Treiber noch von alleine sich irgendwie etwas aktualisieren. Okay, das scheint bei mir jetzt nicht der Fall zu sein. Auf jeden Fall kann ich jetzt auf Fertig hier unten klicken und ganz wichtig, wenn jetzt noch keine Musik bei deinen AirPods rauskommt, dann sollten wir hier unten rechts einmal auf den Lautsprecher draufklicken und auch wirklich schauen, ob hier meine AirPods ausgewählt sind. Es kann nämlich sein, dass hier als Wiedergabegerät nicht deine AirPods automatisch ausgewählt werden, sondern zum Beispiel die Lautsprecher von deinem Laptop und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Deswegen hier unbedingt die AirPods auswählen. Mit unseren AirPods hier können wir jetzt ohne weiteres die Musik von unserem Laptop hier im Hintergrund genießen. Das Problem ist nur, dass wir leider das Mikrofon von diesen AirPods nicht wirklich verwenden können. Das liegt einfach daran, dass es keinen richtigen Treiber von Windows 10 für diese AirPods gibt. Ich vermute einfach, dass hier leider die Rivalität zwischen Windows und Apple natürlich im Vordergrund steht. Wenn du deine AirPods jetzt übrigens noch an einem PC benutzen möchtest, der einfach kein Bluetooth von Anfang an hat, wie es ja heutzutage irgendwie normal ist, dann gibt es hierfür auch noch eine relativ einfache Lösung. Und zwar benötigst du so einen USB-Bluetooth-Adapter, auch oft unter dem Namen Dongle bekannt. Der Vorteil hier aber ist, das ist einfach ein USB-Stick. Diesen musst du in einen USB-Slot von deinem PC hineingeben, dann wird der Treiber schon automatisch runtergeladen und dein PC hat danach normalerweise, wenn das natürlich alles funktioniert, auch diese Bluetooth-Funktion wie hier im Hintergrund. Du kannst also die Anleitung wie zuvor mit meinem Laptop auch 1 zu 1 durchführen. Und somit haben wir dann auch schon unsere AirPods hier richtig mit einem Laptop bzw. mit einem PC ohne Bluetooth verbundene. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen USB-Bluetooth-Adapter zulegen möchtest oder natürlich auch solche neuen AirPods kaufen willst, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins für diesen Unterschied hinzulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.